Hi, my name is Sophie Leitner. Ich komme aus Deutschland und wir haben eine Expedition im Dolpa gemacht. Wir sind auf den Puta hier in Tzuli gegangen, der ist 7246 Meter hoch. Es war eine sehr schöne Expedition in sehr einsamer Gegend, ohne Verkehr, ohne viel Bevölkerung. Und der Service von Monte Rosa war sehr gut, sowohl im Basislager als auch in den Hochlagern. Wir hatten sehr viel Spaß mit dem Chairpass. Sie waren sehr zuvorkommend und es war eine schöne Zeit hier in... Also mein Name ist Wolfgang Blaschek. Ich komme aus München, bin 60 Jahre alt und habe zum ersten Mal mit Monte Rosa eine Expedition zum Puta hier in Tzuli gemacht. Und wir haben ein sehr spezielles Tracking auch veranstaltet. Wir sind nicht den gleichen Weg zurückgegangen, nachdem wir auf dem Berg waren. Und es war sehr interessant, sehr abwechslungsreich, auch anstrengend. Aber mit dem Monte Rosa Team haben wir wirklich viel erreichen können. Und es war sehr wichtig, dass wir hier in Tzuli gemacht haben.